eine kleine anmerkung bevor es losgeht sorry schon mal dass ich mich etwas übersteuert klinge weil bei den leuten habe ich so das gefühl man muss sich extra laut verhalten oder so damit irgendwann naja damit die andere leute sich halt verstehen und ja am ende des videos sagt noch irgendwas mit vierteilen gesplittet oder so oder sowas ähnliches das stimmt jedoch nicht und ja ich habe viele paus produziert also sehr viele ich glaube so fünf oder acht parts also freut mich schon mal drauf das war's und viel spaß mit dem ersten video zu splatoon splatfest world premiere viel spaß so hallo leute heute ist das europäische splatfest dran heute fangen wir an es ist endlich soweit nur vier stunden aber ich werde euch sagen es ist was so hardcore doch gesund aber fangen wir erst mal an gut hey alles spritz bei euch hier ist denn der cool mit meine frisch mitten vom inkopolis platz was das besser kuchen oder eis trefft eure wahl am splatfest wahlstand das hier sind ja reden für das splatfest seegelrockbühne ok abend ein konzert auf der seegelrockbühne gibt kaum was besseres mir gefällt die musik die sie beim spitzfest auflegen ja ist ein bisschen speziell ich habe schon was mitbekommen damit marina marina die augen der staturen leuchten nachts ich schwörs ich schwöre ach das sind bestimmt nur die augen von miezrichter und mini miezrichter cute und denkt daran ihr seid cool wir sind denn da cool es sieht schon mal richtig richtig nice aus wir gehen direkt rein und ich kann euch sagen ich bin nicht alleine da ich habe welche mit geholt die ja zum glück auch im selben team sind und weil wir mal die leute mal vorstellen wir haben zum einen den guten rin dann den luke hallo und den guten steven wenn die aussprache ok ist ja und ja und wir werden zusammen das blät fest rocken ach so jetzt war das aber ein bisschen angeteasert kleine warnung für dieses bett ist gibt es kein geld keine erfahrung und keine supermuscheln ja wozu dann das suchten ok hauptsache es war's mit tatende nein außerdem werden speichertaten dieses blät fest nicht in die fallversion von splation 2 betrungen alles klar da weiß ich ja bescheid bin da in online kämpfen teilen auf jeden fall man merkt ich glaube der macht ein live-team das wende und spitzname und eine spielstatistik möglicherweise im spiel und online veröffentlicht würde mir nichts bringen aber ok ich habe den nur einmal im test feier gezockt das ist so unnormale scheiße hoffentlich macht man internet mit das wird so scheiße aber ich hoffe jetzt schreiben wir über discord wie immer ok sieht schon mal sehr gut aus auf jeden fall warum bin ich so nervös ich weiß es nicht es sind einfach nur vier fucking stunden ich werde es so hart durchsuchten bis zum geht nicht mehr auch wenn die ränge sowieso nichts bringen aber naja ach ne ich bin doch gar nicht bereit jetzt bin ich bereit dann kann es losgehen ok auch schon wieder gewartet ich werde das jetzt alles alles uncut das ist wahrscheinlich unser eigenes team rumig mit mario kart was ist los mit dem jungen ah mann echt war das ist so also wer jetzt nicht in diesem moment Splatoon sucht dann ist der richtig behindert warum war das klar warum war das klar wir kämpfen gegen eigenen teams warum war das so arschklar das ist wie bei Splatoon 1 genau der fall ey marina wird so was von safe gewinnen oh jetzt sieht der mal geil aus Perlmutt Akademie also ich bin gespannt was das für ein soundtrack kommen wird bis jetzt weiß ich es nämlich noch nicht oh hoffentlich kann ich die steuerung noch ok ich weiß nicht was dieses eispaar bedeutet ich hab auch nicht diese eispaar ist nicht neu ich bin noch nicht in 7 und ich muss schon sagen ich hab bei der Testfire eigentlich mit der Bewegungssteuerung gezockt aber jetzt hier am Grip ich komm grad hier sogar sehr gut sehr gut damit klappt die Verbindung ist instabil was ist denn los ne jetzt gehts wieder boah ich dachte schon ey was zur Hölle ach da kann man sterben ok 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 der Soundtrack ist interessant ist zwar gut aber interessant aber dabei ist auch geblieben ich muss gleich auf dem Grip umstellen merk ich grade haben wir grad Disconnect oder was ist los ne wir haben kein Disconnect weil bei mir die ganzen Spieler weg sind dann bekommst du wahrscheinlich einen oh verdammt scheiße ich starte dich mal sehr gut äh jetzt kann ich ja gar nicht mal neu starten fängt ja gut an toll wow naja mehr für mich ja jetzt bekomm ich aber einfach Fehler bei der Datenabertragung geil sind wir grad alle froh holy shit ey Lukas wir müssen Nico noch nerven später ja man ich hab jetzt ne 1 ich hab jetzt ne 1 ich weiß auch nicht ich stehe auch da und ich stehe auch noch offen 1 von 7 ich sag gelöb ich mit ab das frage ich mich auch wofür das ist 1 von 7 das verstehe ich grad auch nicht das auch nicht am Anfang steht ja auch irgendwas von wegen äh Ice Power Dauert alles zu lange ich werd den Mist schneiden bis dann geht nicht mehr oh Lucky WilliCast oh wieder ein Eigenteam äh äh 2400 Punkte eingefärbt oder so ich werd wirklich nen Counter setzen wie oft wir wir im Eigenteam gezockt haben Counter Team Eisgegner Counter Team Gugegner Counter das ist gut ja genau also gut wir haben 4 Punkte für nen Sieg bekommen und nochmal 2 Punkte 4 400 Punkte eingefärbt oder so ah ok es ist ungewohnt mit dir zu springen auch ey ja ist halt echt so ja das ist ein bisschen anders ja das ist so ungewohnt dafür du lagst schon wieder ach ne ne ja scheiss WLAN Signal ey man das ist doch zum kotzen ich hab jetzt unbedingt die Aufnahme jetzt gestartet ne ja jetzt bin ich wenigstens endlich mit dabei so nach 60 Minuten nach 60 Minuten fast ja ich hab das jetzt zum Glück jetzt auch endlich so gemacht dass ich mein WLAN Repeater mit äh also über WPS mit meinem WLAN Ruder verbunden hab und deswegen kann ich das noch machen ach richtig Minuten ja jetzt muss gesuchtet werden ja von nem Sniper ich glaub das ist voll cool und erledigt ah ne jetzt gibt's extra Dinger also dieser normal Dinger von zu mir und cool aber wenn man getötet wird heißt das dann erledigt ok das ist ok hab die gerettet Jermaine ja also wie alle tot sind ey der Name Hochdruck für Unreiniger ist sowas von beschissen gewählt ja normal hab den weißt du weißt du wie wichtig wo eine gute Sniper äh 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 einfach drauf Jodo Egal Ah ja ich kann ja dieses Dings da machen und warte mal was mit, warte, 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 warte mit, warte was für'n Knopfdruck er braucht B ich habe Alex getötet ja genau gut ich habe ja 400 punkte mindestens mit einer sniper bei mir ist immer alle kämpfen müssen das ist das einzige was ich was ich weiß nicht leiden kann irgendwie wenn du hier ins bett und kämpft ist das noch schlimmer als als bei jedem beliebigen nicht nur ein schultern ja aber ich hier finde ich ich werde nur von einem sniper grad noch getötet was ist denn das ohne witz alles klar was für eine verarsche diskonnect nein ach schade super sprung und sofort getötet ja normal ich weiß aber das ist so den letzten Das riecht doch so cute ey, das ist schön. Der ist halt echt leid. Aber ist immer für die Bad Guys. Also die verschiedenen Themes hier. Ich freu mich einfach drauf ey, ich hatte bisher noch nie in meinem Leben so einen krassen Hype gehabt bis sonst auch. Ja ich hab leider nur 3 gehabt, das war schlecht. Also bei mir 3 war aber ok. Normalo-Eisfail. Toll. Nein, das ist super. Denk es bis hinterher. Ich glaube auf jeden Fall viel, dass es bei der Video gibt. Dieses Video könnte hat von Josef Köthen. Ich glaub das lass... Ich glaub ich werd die... Ich glaub ich werd die 4-5 Parts ancutten ey, weil... Die Talks im währenddessen sind so geil. Ok, ähm... Nein, das ist nur ok. Ok, aber ein paar Karten gibt's so. 10? Eis geht ab 10. Ja man. Was ist mit 10? Ja und das 10 war gegen Eis. Nein, das ist das 10te Match jetzt, das ist das 10te. Ja und alle 10 gegen Eis. Eis, Eis, Eis. In einer Stunde, 10 Matches. Keins gegen das Gegner-Team. Läuft jetzt mal sehr gut. Ich hab ein bisschen mehr gezogen, keine Ahnung. Ich hab gesagt, wieder Eis in der Gegner. Das kann ich nicht auch einfach so in der Eis. Eis. Das hab ich doch jetzt auch schon gedacht. Noll. Und jetzt werd ich hiermit anvisiert. Ah fuck. Oh. Na scheiße. Der Esterborn mit deiner Duo-Klex hat mich erledigt, ey. Scheiße. Mit zwei Seiten. Ich zeig einfach einfach einfach. Scheiße. Einfach weiter ranpirschen. Hey, was ist der Pinball? An die Beute ranpirschen. Was hab ich denn für ein Gespräch aus? Oh ja. Ja mit nem Kleckser. Mit nem Kleckser. So unnormal heftig. Der Kleckser tun es jetzt. Keine Ahnung warum. Haben wir Ahnung, ob ihr das getraut oder warum? Wie kommt der da hoch? 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 Ja man kann einmal keine Hoch-M springen. Alles klar. Wie dieser Roller ey. Ok leg doch einen mit Roller. Ich find zwar die Duo-Klexer zwar gut, aber irgendwie hab ich das Gefühl, die färben manchmal ein bisschen wenig ein. Nein. Hier sogar. Ich färbe eigentlich schnell. Warte. Warte. Joon was war das für ein Geflug. Das krägt halt mich doch in der Luft ähm. Und Druck sprengen wollte. Oh ok. Ok ok. Scheiße. Nice. Warum sieht grad nicht gut aus ey. Ich bin die beste Rolle in ihm. Ich bin die beste Rolle in ihm. Ich bin die beste Rolle in ihm. Kaffa. Ich hab das mal gespielt. Boah ey. Ich seh grad der Baum. Grad zum Kotzen. Sowas von dem Nachteil. Warum werde ich trotzdem getroffen? Was ist denn das? Ja der Klickser scheint übelst die ultimative Reichweite zu haben. Ah das ist klar. Der neue ist äh. Der ist echt. Wenn man damit treffen kann. Ja der ist halt gegründet worden stärker. Ja ohne Wichter Olle ist die Böckungsweite so mega besser als im ersten Fall. Warum verlieben wir grad so hart? Ich versuche es nur auf das mögliche irgendwie eins zu färben was noch möglich ist. Alter ich bin gleich gut. Ich hab nicht mal 4 Punkte. Außer wie es aussieht also werden wir es zacken und das so richtig. Ja ich hab. Ich bin so. Ach scheiße das ist nicht scheiße. Ich hab 500 irgendwas. Ich hab nur grad 400. Also 440. Ich hab zwei gekillt. Nice. Okay. Okay. Jetzt wird der erste Lecker mit Klappen. Der erste Lecker oder? Oder was dann hat man da genau nicht so. Okay. Ich hab zwei Wies geworden. Da noch rum. Oh ich bin zwar gestorben aber zum Glück habe ich ihn auch noch erledigt ey. Der Typ mit dem Duoklexer. Aber ich finde sowieso gut dass es bei Splatoon 2 im Online-Modus so angezeigt wird oder so. Welcher halt was für eine Waffe hat. Und wann halt die Spezifel ist. Das finde ich sogar sehr gut. Ja nochmal zum Schluss nochmal gekillt worden. Ja ich glaube der Punkt ist nicht am besten. Ach ne ne. Oh 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 oh. Ja das habe ich leider auch. Ja aber klar scheiße. Schade. Weil es da viel da ist. Ah. Ich bin auch anwesend. Vorne wird so viel dreckig auch. Warte. Kann ich wirklich drei Leute mit dem Ende. Verdammt man. Yay. Jetzt bin ich voll ne Kanne. Toll. Da ist schon die Zahl dahinter. Also die Ulti-Zahl ist die Zahl wie oft du die Ulti eingesetzt hast. Ja. Ach so. Also es gibt jetzt eigentlich keine richtige KD mehr. Sondern einfach nur Kills und Ulti eingesetzt. Genau. Das ist ein bisschen langweilig. Saphir nicht vergessen zu drücken. Ach ja. Stimmt. Vergesst dich jedes Mal. Warte kurz. Ja man. Nein 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 bitte nein. Ja toll. Ja toll. Ja toll. Geil. Ja. Alle Duoklexer. Geil. Ja. Ja. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Ja. 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 So was kann ich mich ja normalerweise eher weniger beschweren. Ja. 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 Ich versuche mich so langsam wie möglich ranzupirschen. Wie bei der Jagd. Ja. Also ich sehe schon mal einen Sniper der schon mal schön kämmt. Der hatte auch dafür in zwei gewesen. Ja ich habe den Sniper getroffen. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall war es Japaner. Ich habe ihn mit der Verfolgungsraketen getroffen. Auf jeden Fall. Wie schnell der Tintentank leer wird. Ähm. Ok. Ich habe einen Sniper getroffen. Ah ne. Ist halt das Schwamm-Raketen. Jetzt habe ich. Hab ich ja auch. Das war Schwamm-Raketen-Schwamm. Nein. Ich wollte mehrere analysieren. Na Gott. Ich muss. Kannst du meine Ulti einsetzen? Ok. Gut dass du hergekommen bist. Ich habe gerade einen weggenommen. Und du hast ja wahrscheinlich gestorben. Ok. Die Sniper hast du ihre Ulti verwendet. Das kommt ja auch nicht wo. Irgendwo. Ja. Such ein Papier. Ich gebe euch gleich. Ich benutze. Bei mir machen wir Spaß nicht. Ich bin angegriffen. Ok jetzt. Böde. Germaine. Naja. Ich weiß es ja. Nur setze ich selten ein. Weil ich nicht daran denke. Oh shit. Ja. Die sind Schwamm-Raketen. Oh shit. Die sind ein bisschen dreist. Ja die Schwamm-Raketen sind ein bisschen dreist. Ja die Schwamm-Raketen sind ein bisschen dreist. Wenn ich wohl gerade. Aber es ist wirklich eine geile Spezi finde ich ey. Es ist richtig geil. Da gibt es auch irgend so einen Regen oder so. Gibt es ja auch noch. Ja. Aber das ist ja gar nicht erfüllen. Ja. Pack dich auch mal. So. Irgendwie hab ich nach zwei Stunden. Ja. Carappa. Ah ok. Schon erledigt. Und ich geh jetzt zur Gegner-Bendung. So ich hab einen. Wo ist denn überhaupt hier das Gegner-Territorium überhaupt? Ich sehe hier nur lila in der Farbe. Drück links. Das ist mir klar. Mein Gott. Weil sowas wäre eigentlich immer gut aufs Gäbchen zu schauen aber das ist ja hier nicht möglich. Ach hier bin ich schon mal gut in der Nähe. Ne bin ich ja gar nicht. Hier muss ich hin. Ich hab zwei Meter Schwammer-Raketen schon mal mit anvisiert. Okay ich hab einen. Ach. Na ok. Assists. Assists. Ohja. Wenigstens werden die Assists-Treffer auch mit angezeigt. Ja. Wer bringt den nicht? Ich weiß aber ja wenigstens etwas. Ah scheiße. Ah. Von hinten. Da sind mir die liebsten. Der Japaner. Was macht der Japaner überhaupt hier drinnen? Das macht keinen Sinn. Ja der hat der europäische Ding wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ne. Europäische Accounts. Den würde ich zutrauen. Nein. Ich meine. Echt Dings. Stimmt. Die Japaner würden einen europäischen Account noch mal extra hinzufügen. Hat der Jack-Man auch gemacht. Ja. Hat der manche mit der europäischen gemacht in Japan heute. Ja hat der auch gemacht. Ey. Ge-Raped. Ist es ge-Raped. Das war wenigstens richtig nice. Wir brauchen 4kiss. 6kiss? Hä? Ich glaube ich habe einen neuen Kiss gemacht. Ne ich habe 9. Ein zweiter Fail. Alter. 8kiss. Passt auf. Wir haben alle 3, die die... Ich hatte Kuhn gesetzt. Also. Mach mir noch mal Spaß. Ich krieg dir jetzt die Waffe gefangen. Nee. Einer ist nicht aber immer. Ich wechsle. Nein das mag ich gleich. Ich mache noch 1, 2 Runden. Na. Ich habe es ja gerade erwähnt. Ich mache so... Wie viele Waffen sind es zur Verfügung? 3, 4 Stück? Lade es an Cut hoch. An Cut. Keine Ahnung. Na ich werde das in 4 Dinger teilen. Jede Waffe eine. Außer bei der Sniper wird es ein bisschen drastisch. Vorteile an Cuts. Vorsichtig. Vergesst es zu erwähnen. Abonniert mich. Vergesst nicht hier Jermaine. Ich habe mich ja noch gar nicht erwähnt. Luke ist ja kurz zurück. Jermaine ist als Sidekick kurz einwesend. Als du gerade sagst. Als Sidekick. Deswegen verkacken wir auch gerade immer so. Ja ja. Ja Jermaine ist halt auch. Wobei Luke kann keine Farben unterscheiden. Ist der Farbbeat oder was? Nein. Auf der Rock Map. Auf der Rock Map. Auf der Rock Map. Auf der Rock Map. Liegt es in der Mitte so aus. Aber Blau und Pink für die selbe Farbe ist. Für die selbe Farbe ist. Für die eben. Luke ist das, was wir machen könnten. Die Farbe umändern. Du meinst Alchemie-Typ. Ah im Switch. Im Switch. Okay. Aber wenn du jetzt Home drückst. Dann fliegen wir raus. Oh ne. Schade. Nö. Also ich habe ganz kurz Home gedrückt. Bin jetzt wieder hier. Und jetzt. Bis jetzt gehts. Ich habe die Farbe ungedeckt. Es sind wirklich nur selten vom Gegner-Team dabei. Daran merkt man, dass Marina viel beliebter ist als Pearl. Das ist jetzt irgendwie unser. Das ist jetzt irgendwie unser zwölf. Das Match, das wir gespielt haben. Und dann geht er ins Team. Also safe. Das wird so. Ne. Heftig. Ich fäll nach vorne einfach. Ja. Ich fäll nach vorne einfach. Ich fäll nach vorne einfach. Ich fäll nach vorne einfach. Ja aber ich hab. Ja hab ich aber ein Tipp. Ähm. Naja. Man sollte auch bisschen so die Farbe bedecken. Ich hab ja den D-D gehabt. Ich will meine alles eh los. Ja und pink selber aus wie Luke. Kehrt da. Ja. Ja. Das hat gut. Ach du Scheiße. Kein Weg. Ab den. Okay schon getötet. Nice. Gut chairman. So. Rakete aktivieren. Schau am Raketen. Haben drei basil. Ist der ist keiner mehr. Die weg. Die nuchten Luke. Ah! Ich hab' ein... Ich hab' ein... Ja, getroffen! Oh, scheiße! Oh, shit! Der Farbenblinde ist wieder da! Nein, ich hab' fast alle drei so richtig getroffen, ey, verdammt! Das Ding! Okay, was für'n Name! Der Farbenblinde ist wieder da! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Das haben wir gekriegt, aber von links kommt... äh, rechts kommt einer! Hab' wieder schon! Rechts fährt einer um! Also nicht vergessen! Abonnieren! Du hast keinen YouTube-Kanal, Jermaine, also da ist es lieber! Doch! Ich hab' einen YouTube-Kanal, wo die das war! Da ist es lieber klar! Da ist es lieber klar! Ich hab' einen YouTube-Kanal mit 16 Abos ohne Videos hochzuladen! Ja, bringt dir nichts! Ich hab' einen YouTube-Kanal! Also, 4 Abonnenten ohne Videos! Und 16! Ich glaub' ich bin Fail! Ich hab' einen Abonnenten ohne Video! Wie wiederholt erwähnt, bringt sowieso nichts! Da mit 4 Abos bist du sowas von Fail! Hehehehe! 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 Kapper! Ich hab' eine Kette 실�auflächse! Möcht' ihr jemanden mit mir spielen? Genau lauter! Ja, wir sind gleich fertig hier! Dann muss Jermaine klopfen wiedergeh'n, oder so... Okay, da geht's los! Jermaine war nur im Platzhalter, sag was mal so. Ja genau, aber du der Platzhalter. Der richtige Platzhalter. Der gut ist. Gut. Wir sind schlässig von uns immer. Nur ein Assist. Du kriegst keine Punkte. Naja, besser als nichts. Ja, Punkte, genau. Seinfalls Punkte, genau. Spektrums immer gespielt. Spektrums immer gespielt. Spektrums immer gespielt. Ähm, ja. Wir haben ja erst mal eine Tausendung geschaffen. Ich hab, äh, ich hab Focus den Hunas als Kneifer. Das ist den Hunse als Kalt. Boah Punkte, boah Punkte, boah Punkte. Wo ist denn der Typel? Hier war einer auf einem anderen Sporn, der ist ihm wegzudrängt. Echt unglaublich. 52, 53 Leute online. Ehm, ab'n. So. Also ich hab... Ich hab auf jeden Fall sehr gut. Ja, eigentlich die Arme gewonnen. Ja, safe. Safe. Was? Hat der noch aufgepasst, ob der Tank aufgepickt wird, wenn der E-Tang gesetzt wird? Ähm, das hab ich gar nicht be... Ähm, was darf der da mal? Nein, wieso hab ich da grad? Ich hab 699 Punkte, wo du mich warst und mein Punkt hätte ich 700. Ich hab 1540. 1554. 1554. Das läuft doch gut. Du hast ein Punkt mäßig. Ernsthaft? So. Mach ich nen Waffenwechsel. Yo, Germaine. Viel Spaß noch im Solo-Match. Okay. Ich glaub, wer die Waffe hier spielt. Ähm, ich mach nen kleinen Waffenwechsel. Also ihr werdet 4 Parts bekommen. Und, ähm, ja. Ich werd jetzt so, wie gesagt, in 4 Teile splitten. Ich werd in jeder, in jedem Part, weil ich 4 Parts machen werde. Das war's jetzt. Wie bei der Testfeier. 4 Parts machen. Und ja. Machen wir dann gleich im nächsten Part dann im Tendateck-Kleckser weiter. Also, bis gleich und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.